Wie versprochen werden wir uns in diesem Kapitel mit der Live-Konfiguration der verschiedenen Systeme in Bezug auf die Auto-Konfiguration beschäftigen. Da haben wir die Plattform Windows 7, Windows Server 2008 R2 und Linux und hier beispielhaft OpenSUSE Linux. Sie können da mehr oder weniger auch jedes andere Linux-System verwenden. Das Ziel für die ganze Geschichte ist, dass wir zunächst einmal schauen, wie es sich mit der Privacy Extension verhält und wie wir die Privacy Extensions konfigurieren können. Und wir wollen die Auto-Konfiguration im weiteren Sinne ganz generell konfigurieren bzw. uns anschauen, wo da was einstellbar ist. Wir haben hier ein kleines Netzwerk. Wir haben also unseren Windows 7 Client, den Windows Server 2008 R2 und unser OpenSUSE Linux hier an dem Router. Und dieser Router schickt ein Router-Advertisement mit einem Prefix 2001-db8-db1-db-db64, also das übliche altbekannte Prefix, was wir hier eigentlich immer verwenden. Ja, viel mehr gibt es vorab nicht zu sagen, also legen wir los. Beginnen wir wieder auf einem Windows 7 System und schauen wir erst mal, was wir hier vorfinden. Da sehen wir derzeit gar nichts. Das liegt daran, dass ich das Interface deaktiviert habe. Das werde ich jetzt wieder aktivieren. Und dann schauen wir nochmal rein und sehen, dass sich hier IPv6-Adressen gebildet haben. Das liegt daran, dass hier gleich auch das Router-Advertisement als Antwort auf die Router-Solicitation ankam. Das heißt also, der Router hat geantwortet und hat das Präfix für dieses Subnetz geliefert. Das ist das altbekannte 2001-db8-db1. Und dann sehen Sie hier mehrere Einträge. Das ist Windows-spezifisch. Eine IPv6-Adresse wird hier gebildet. Die hat einen Randomized Identifier. Das heißt also, eine Interface-ID, die zwar nicht aus der MAC-Adresse abgeleitet wurde, also nicht EOI64-basiert ist. Sie wird einmalig zum Installationszeitpunkt des Systems gebildet und wird hier auch immer wieder dieselbe Interface-ID bilden. Aber diese Adresse ist permanent. Das heißt also, sie ist nicht temporär. Ich kann Ihnen das kurz zeigen. Das können wir sehr schön vergleichen. Ich deaktiviere das Netzwerk nochmal und aktiviere es erneut. Und jetzt schauen wir nochmal rein und sehen, dass diese obere Adresse hier nach wie vor dieselbe Interface-ID hat. Sie sehen das. Während die temporäre Adresse, die nach der Maßgabe der Privacy-Extensions gebildet wurde, hier eine andere Interface-ID aufweist. Sie sehen, die letzten Ziffern oder Zeichen können Sie hier gut vergleichen, sind anders. Die temporäre IPv6-Adresse ist nur eine bestimmte Zeit lang gültig und wird dann entsprechend neu gebildet. Während die IPv6-Adresse, in Klammern permanente IPv6-Adresse, hier dauerhaft bestehen bleibt. Das heißt, Windows kann hier wählen zwischen diesen beiden Adressen und mit beiden Adressen vollwertig kommunizieren. Wenn das jetzt ein global gültiges Präfix wäre und nicht eines, was hier im Demo-Netz angesiedelt ist, dann würden beide IPv6-Adressen hier tatsächlich global eindeutig sein. Werfen wir mal einen Blick in diese Konfiguration. Dazu gehen wir wieder in die Netshell. Geben hier int IPv6 ein, um in den entsprechenden Kontext zu wechseln. Und schauen uns mal zum Beispiel die globalen Parameter an. Show global. Ah, das ist jetzt nicht allzu viel Interessantes für uns dabei. Es sind eine ganze Menge Angaben hier, aber die interessieren uns jetzt nicht wirklich. Ich denke, wir sollten uns vielleicht ein bisschen was anderes anschauen. Gucken wir mal rein. Was haben wir da zum Beispiel? Privacy. Privacy ist gut. Privacy zeigt uns die entsprechenden Konfigurationen in Bezug auf die Privacy-Konfiguration. So, da haben wir nämlich die Parameter für temporäre Adressen. Hier sehen wir, dass die temporären Adressen aktiviert, also enabled sind. Wir sehen hier, dass zum Beispiel die maximale Gültigkeitstauer sieben Tage beträgt. Das ist die Valid Lifetime. Und die bevorzugte Gültigkeitsdauer ist ein Tag. Das ist die Preferred Lifetime. Maximal bedeutet hier an der Stelle, wenn der Router in seinem Router Advertisement nichts Kürzeres vorgibt, dann werden diese Werte verwendet. Ja, und vielleicht wollen wir es aber gar nicht so haben, wie Windows uns das hier vorgibt. Gehen wir nochmal kurz hier rein. Wir sehen hier die erste Adresse und die zweite Adresse. Und das ist ja doch etwas irritierend. Vielleicht wollen wir ja doch EOI64 haben. Und dazu können wir zwei Dinge tun. Wir können nämlich einmal diesen sogenannten Randomized Identifier deaktivieren. Das betrifft die obere Zeile, also den ersten Eintrag, die erste IPv6-Adresse, die hier permanent ist. Damit würden wir dann auf EOI64 schwenken. Und wir können die temporäre IPv6-Adresse ganz rausnehmen. Und das machen wir jetzt mal. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Zunächst einmal die temporäre Adresse, also die Privacy-Extensions deaktivieren, geht mit z-privacy-state-disabled. Wenn wir jetzt hier reingehen und uns nochmal die Adresse anschauen, dann sehen wir, da hat sich noch nichts geändert. Wir müssen das Interface danach erstmal deaktivieren und wieder aktivieren. Und jetzt setze ich noch zusätzlich das EOI64-Format. Dazu muss ich die Randomized Identifier deaktivieren. Das tue ich mit set global randomize identifiers gleich disabled. Ziemlich lange Option hier. Können Sie auch abkürzen. Set global random gleich dis würde auch reichen. Muss ja nur eindeutig sein. Okay, jetzt haben wir das komplett hier entsprechend deaktiviert. Also diese beiden Schritte sollten Sie sich auch merken. NetShell Interface IPv6, set privacy-state gleich disabled. Und set global randomized identifiers gleich disabled. Damit Sie dann entsprechend hier in der Adresse auch eine klare Linie haben mit EOI64. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn es sich um einen Server handelt und der auch mit einer geplanten IPv6-Adresse ansprechbar sein soll. Jetzt sehen Sie aber, dass hier noch nichts sich geändert hat. Deswegen müssen wir hier zunächst einmal das Netzwerk deaktivieren. und noch einmal aktivieren. Jetzt vergleichen wir nochmal, ziehen wir das mal ein bisschen hoch hier, haben Sie den direkten Vergleich zwischen beiden Varianten. Hier hatten wir eine IPv6-Adresse, die diesen Identifier hatte. Und hier haben wir eine IPv6-Adresse, die hat jetzt diesen Identifier mit FFFE in der Mitte. Und die temporäre IPv6-Adresse ist hier komplett raus. So, was ich Ihnen aber jetzt noch zeigen möchte ist, dieses EOI64-Format leitet sich tatsächlich von der MAC-Adresse ab. IP-config-slash-all zeigt uns ja auch die MAC-Adresse. Merken Sie sich mal, 000c29 vorneweg und dann hinten 2007bf. Mal gucken, vielleicht können wir das hier direkt, ja, sehen wir direkt in einem Bild. Da haben wir es, hier hinten sehen Sie schon, 207bf. Das ist einfach hier dieser letzte Teil. Davor kommt FFFE. Entschuldigung, hier hatten wir die MAC-Adresse, jetzt bin ich gerade verrutscht. Hier hatten wir die MAC-Adresse, 2007bf. 0 kann weggelassen werden, weil führende 0. Danach kommt also FFFE, oder linksseitig. Und hier hatten wir 000c29. Und hier haben wir jetzt 20c29. Wie kommt das jetzt zustande? Das liegt daran, dass in diesem Byte das siebte Bit auf 1 gesetzt wird. Und das hat einfach mal den Wert 2. Deswegen steht dann hier jetzt eine 2 da drin. Sie erinnern sich, das war das ul-Bit, das darüber bestimmt, ob diese Adresse global eindeutig oder nur local eindeutig ist, beziehungsweise global administriert oder local administriert wird. So, also im Endeffekt haben wir hier EOE64 sauber nachvollziehen können. Und Sie können entsprechend mit der Netshell auch die per Default eingestellte Privacy-Extension-Adresse ebenfalls deaktivieren. Eine wichtige Sache noch zur Netshell. Diese Befehle hier, die sind zwar jetzt gültig, aber beim nächsten Neustart sind sie weg. Wenn Sie das dauerhaft speichern wollen, dann geben Sie hier einfach für die einzelnen Befehle dahinter noch store gleich persistent ein und speichern damit die Einträge dauerhaft. Nach einem Neustart wird diese Konfiguration jetzt wieder genutzt. Denken Sie daran, dass die Privacy-Extensions durchaus ihre Berechtigung haben und deswegen auf Client-Systemen vermutlich nicht geändert werden sollten, wenn Sie denn Auto-Configuration verwenden wollen. Aber was ist eigentlich mit dem Server? Schauen wir rein. Hier sind wir also auf einem Windows Server 2008 R2 und schauen uns auch hier erstmal um. Was haben wir hier? Hier gibt es eine permanente IPv6-Adresse. Der Windows Server hier ist im selben Subnits wie unser Router, bekommt auch das Router-Advertisement und bildet sich hier mit dem entsprechenden Präfix eine permanente IPv6-Adresse. Was fehlt, ist die temporäre Adresse, die nach den Privacy-Extensions gebildet wurde. Die ist seit Windows Server 2008 R2 per Default nicht mehr dabei. Das ist also schon mal ein Unterschied zwischen Windows 7, also dem Client, und Windows Server 2008 R2 aufwärts. Also der Windows Server 2012 macht das dann entsprechend. Wenn Sie aber jetzt gar nicht erst auf Auto-Configuration zurückgreifen wollen, was dann? Dann müssen wir das in der NetShell konfigurieren. Also in die NetShell, in den Interface IPv6-Kontext und hier schauen wir erstmal um welches Interface es sich überhaupt handelt. und dann sehen wir hier, das ist das Interface mit dem Index 11, das ist das Connected LAN-Interface hier und das setzen wir jetzt entsprechend. Set int, ich kürze das hier ein bisschen ab, 11 und dann kommt Router Discovery gleich disabled und damit es auch nach einem Neustart bleibt, Store gleich persistent. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das dann darstellt, wenn wir jetzt hier das Interface noch einmal reinitialisieren, also deaktivieren und nochmal aktivieren. Wechseln wir mal in das zweite Fenster hier und geben nochmal IP-Config ein. Da sehen Sie, im Moment ist dann nur noch die Link-Local-Adresse vorhanden. Die IPv6-Permanente-Adresse, die Global-Unicast-Adresse, hat er hier nicht mehr gebildet, weil er auch nicht mehr nach einem Router-Advertisement gefragt hat. Auch wenn jetzt ein Router-Advertisement vom Router eingeht, wird er es ignorieren. Das ist natürlich gleichbedeutend damit, dass Sie die IPv6-Adresse, die Sie hier gerne haben möchten, manuell konfigurieren müssen. Ansonsten lässt sich mit entsprechender Nachbearbeitung per Netshell der Server in seinem Verhalten aber auch ganz genauso konfigurieren, wie es der Client per Default tut. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Es sind halt einfach nur andere Default-Werte, die hier beim Client und Server angesetzt werden. Hier sind wir jetzt auf dem Linux-Client. Auch er ist im selben Subnetz und bezieht sich seine Router-Advertisements von unserem Router. Schauen wir mal, was bisher dabei rauskam. Hier sehen Sie, wird eine IPv6-Adresse gebildet mit dem entsprechenden Präfix. Und die Interface-ID hat hier eindeutig EOI64-Charakter mit dem FFFE hier zwischen und diesem vorderen Teil der MAC-Adresse und dem hinteren Teil der MAC-Adresse. Also alles da, wie wir es auch erwartet haben. Es wird aber per Default erst mal kein Privacy-Extension verwendet. Heißt also, wir müssen das entsprechend nachkonfigurieren. Das wird grundsätzlich mit entsprechenden Werten in Dateien des PROC-Verzeichnisses getan. Haben wir ja schon kennengelernt. Ich werde es Ihnen gleich auch noch mal zeigen. Sie können diese Werte steuern durch das SYS-CTL-Programm beziehungsweise die SYS-CTL.conf, in die die entsprechenden Werte eingetragen werden können. Aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal wechseln wir in das entsprechende Verzeichnis PROC SYS-NET IPv6-CONF. So, dann sehen wir hier, haben wir ja einmal ALL, das fassen wir nicht an. Dann DEFAULT, das ist der Default-Wert, wenn nichts anderes festgelegt wird. Und dann haben wir die einzelnen Interfaces, die man hier auch noch mal separat konfigurieren kann beziehungsweise muss. Denn das, was hier letztlich drin steht, ist das Spezifischste und wird dann greifen, sofern Ausnahmen nicht die Regel bestätigen. An der Stelle werden wir sehen, müssen wir auf beiden Ebenen arbeiten. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gehen wir nach DEFAULT und schauen uns hier den Inhalt an. Da sehen wir diverse Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel, ob Router-Advertisements überhaupt akzeptiert werden. Wenn wir da reingucken, CAT ACCEPT RA, sehen wir, da steht eine 1 drin. Das heißt, ja, es wird akzeptiert. Könnten wir jetzt abschalten, indem wir in diese Datei eine 0 reinschreiben. Wollen wir natürlich nicht. Stattdessen wollen wir USE TEM ADDRESS mal überprüfen. Das ist nämlich die Variable oder die Datei, wenn Sie so wollen. die hier entscheidend ist. CAT USE TEMP ADDRESS. Und da steht eine 2 drin. Ja, was bedeutet das jetzt? 0 steht für benutze keine temporäre Adresse. 1 steht für benutze eine temporäre Adresse, ziehe aber die globale Adresse beziehungsweise die Public Address vor. Das wäre also die, die wir hier schon haben. und 2 beziehungsweise alles, was größer als 1 ist, interpretiere so, dass du die temporäre Adresse vorziehst, also zum Senden von Paketen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt hier eine 2 drinsteht, müsste doch eigentlich hier schon eine temporäre Adresse erscheinen. Warum ist das hier nicht so? Dazu müssen Sie wissen, dass wir neben diesem Wert, den wir hier unter Default eingestellt haben, auch noch diesen Wert haben. Hatte ich ja gerade schon mal angedeutet. Jetzt wechseln wir mal in das Verzeichnis eth0, sehen hier vom Prinzip dieselben Dateien und Einstellungsmöglichkeiten und schauen uns jetzt noch mal USE TEMP ADDRESS an. Und da sehen Sie die 0. Okay. Also werden wir jetzt hier diesen Wert anpassen und dann entsprechend das System noch einmal reinitialisieren, damit es dann die temporäre Adresse auch bilden kann. Ich mache jetzt ein paar verschiedene Dinge gleichzeitig. Wir könnten jetzt wie gesagt zum Beispiel folgendes machen. echo sagen wir 2, damit auch die temporäre Adresse dann bevorzugt wird und dann schreibe ich das in diese Datei rein. Könnte ich machen. Ist dann auch drin. Machen wir es ruhig. Tut ja nicht weh. Dann haben wir jetzt hier die 2 dran. So, und jetzt machen wir folgendes. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal, wie man das aber auch ganz regulär über SysCTL machen kann. Wir gehen jetzt in die SysCTL.conf und merken uns diesen Pfad. Hier geht es los. Net IPv6.conf und dann ETH0. Hier sehen Sie schon, können Sie auch mehr oder weniger abschreiben, sage ich mal. Net IPv6.conf jetzt aber die Entschuldigung, ETH0. Use-TempAdder und das setzen wir auf 2. Und somit haben wir für den nächsten Neustart des Systems diese Einstellung auch festgelegt. So, nun haben wir ja die entsprechende Einstellung schon hier drin. Ich muss also nicht noch mal neu starten. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt das Interface neu starten. Da kommt es hoch. Jetzt werden allerdings erst mal per DHCP-Adressen gesucht. Das dauert einen Moment. So, wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Und wie Sie sehen, wurde jetzt eine weitere Adresse erstellt, die ebenfalls das entsprechende Präfix hat, was vom Router-Advertisement gelernt wurde. Aber Sie sehen hier nirgendwo mehr die MAC-Adresse oder das FFFE. Also das hier ist eine Adresse, die nach den Privacy-Extension-Regeln erstellt wurde. Da wir Use-Temp-Adress auf 2 gesetzt haben, wird diese Adresse auch für die Kommunikation bevorzugt, also für das Senden genutzt, während beide Adressen zum Empfangen bereitstehen. Also das System kann über beide Adressen hier kommunizieren. So, und wenn Sie jetzt auf einem Linux-System die Router-Advertisements beziehungsweise die Auto-Configuration komplett deaktivieren wollen, dann müssen wir hier nochmal reinschauen. Da gibt es zwei Dinge. Einmal Accept-RA, also Router-Advertisements. Das stand ja auf 1, das müssten wir dann auf 0 stellen. Und zum anderen Router-Solicitations. Denn wenn wir uns mal den Inhalt von Router-Solicitations anschauen, dann sehen wir hier einen 3 drin. Das bedeutet, der sendet drei Router-Solicitations und versucht sich damit eine Adresse zu generieren, indem er ein Router-Advertisement provoziert. Wenn wir hier eine 0 reinschreiben, wird er kein einziges Solicitation-Paket schicken und damit haben wir de facto Auto-Config auch deaktiviert. Wenn Sie IPv6 ganz deaktivieren wollen, was ich hier gar nicht weiter vertiefen will, das haben wir auch schon eingangs mal besprochen, können Sie ja auch Disable IPv6 auf 1 setzen. Aber Sie sehen, es gibt auch noch einige andere Einstellungsmöglichkeiten, die hier auch zumindest ein wenig in Richtung NetShell gehen und eine ganze Menge Tuning-Optionen bereitstellen. Sie können hier zum Beispiel die Preferred Lifetime und die Valid Lifetime einstellen. Und Sie werden auch sehen, wenn wir da reingucken. 86.400 Sekunden sind also einen Tag und Valid Lifetime sind sieben Tage, können Sie nachrechnen. 86.400 mal sieben ergibt 60, äh, 604.800. Das ist also eine Angabe in Sekunden. Sie sehen also, es gibt auch durchaus eine ganze Menge Möglichkeiten unter Linux. Beachten Sie bitte noch eines und zwar Sie müssen um diese Privacy Extensions hier zu aktivieren unter Umständen mehr als nur die Einstellungen für ETH 0 einstellen, also für das betreffende Interface. Zum Beispiel hier bei SUSE müssen Sie auch noch unter Default den entsprechenden Wert anpassen. Das war vorher schon geschehen, deswegen mussten wir das hier nicht explizit machen. Aber es gibt auch andere Systeme, die sich noch ein bisschen anders sagen wir mal zickig verhalten. Da ist jedes Linux-Derivat oder jede Linux-Variante ein bisschen eigen. Ich hoffe, dass da irgendwann nochmal eine klare Linie reinkommt und es überall gleich gehandelt wird. Ich muss zugeben, ich habe also so viele Varianten kennengelernt, wie ich Systeme untersucht habe. Lassen Sie sich davon aber nicht entmutigen. Wichtig ist, dass Sie die grundsätzliche Herangehensweise kennen und der Rest ergibt sich dann gegebenenfalls durch kurzes Trial and Error. Ist bei Linux halt manchmal so. Trial and Error. Trial and Error. Trial and Error. Trial and Error. Trial and Error.